Thema dieses Films ist die Eröffnung eines Girokontos und was dabei zu beachten ist. Ein Girokonto ist vereinfacht ausgedrückt ein Bankkonto, auf das man sich Geld einzahlen lassen kann und von dem man dieses Geld auch jederzeit wieder abheben oder an Dritte weiterleiten kann. Heute laufen fast alle größeren Geldzahlungen im Privatbereich über Girokonten. Gehälter und selbststaatliche Unterstützungsleistungen werden nicht mehr bar ausgezahlt. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.